Hunde-Fakt. Hunde drücken mit ihrem Schwanz ihre Gefühle aus. Nach Linksfehlen bedeutet Angst, nach rechts glücklich sein. Was? Hunde-Fakt. Pro Jahr berichten Postboten beim UPS von etwa 6000 Hundeangriffen. Oh scheiße. Hunde-Fakt. Der durchschnittliche Hund ist so klug wie ein zweijähriges Kind. Oh, was für ein nettes Kind. Danke. Hunde-Fakt. Der Basenji kann nicht bellen. Sein Geräusch ist eher ein Jodeln. Was? Hunde-Fakt. Hunde können nicht nur schwarz-weiß sehen. Mit ihren zwei Zapfen in den Augen sehen sie nur bläulich und gelblich. Sie sind rot-grün blind. Hunde-Fakt. Hunde-Urin beinhaltet starke Säure, die Metall angreifen kann. Och nein, der Hund hat schon wieder mein Golf-Vorrat angepinkelt. Hunde-Fakt. Hunde besitzen drei Augenblieder. Oben und unten und das dritte, die Nick-Haut, hat die Funktion eines Scheibenwischers. Der Fremdkörper entfernt und das Auge feucht hält. Es regnet, ich mache hier den Scheibenwischer an. Hunde-Fakt. Der Crayhound ist mit bis zu 70 kmh die schnellste Hunderasse. Cray? Der ist doch nicht grau. Nein, nicht grau. Crayhound kommt aus dem Deutschen bedeutet uralter Hund. Alt ist der doch auch nicht. Hunde-Fakt. Hunde hinterlassen bevorzugt ihre Exkremente in einer Linie mit dem Magnetfeld. Perfekt. Hunde-Fakt. Kublai Khan besaß angeblich 5000 Hunde. Welch ein Paradies. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Für weitere Hunde-Fakten abonniert den Kanal.